Ja, hallo und herzlich willkommen, nachdem ich gestern hier nervt aufgegeben habe bei Forst Boken wegen dieser ständigen Albtraumkämpfe, Alpdingskämpfe, habe ich mir gedacht, wir gehen mal daheim. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder so ein blödes Gewitter, denn das nervt langsam. Ich bin mir auch, eigentlich waren wir hier nicht schon drinnen? Ich habe doch gespeichert. Hat er hier irgendwas nicht geladen? Warte mal, wir müssen mal auf die Karte schauen. Sind hier zwei so eine Dinger? Kann ja sein. Da ist eine Höhle. Tatsächlich, guck, da ist auch noch eins. Denn mal rein hier, ne? Das nehmen wir natürlich auch. Verschlossen ist aber in den Windwesten. Abstecher. Ich werde jetzt wen abstechen. So. Bin hier mal gespannt. Was Fakt ist, ich habe, spiele jetzt mit meiner Standard-Soundkarte. Ich habe da einen Tipp gefunden. Ah, das kommt mir aber sehr bekannt vor hier. Ne, doch nicht. Hier waren wir noch nicht. Mal gucken, ist hier irgendwas zu sehen? Nö. Hier kann man was lesen. Katastrophe abgewendet. Wir haben entdeckt, dass einige der Inschriften der ersten Tante Anweisungen enthielten, wie sich die Waffe zerlegen lässt. Selbstverständlich mussten wir sie alle finden und jede Spur von ihnen vernichten. Es wird hörig, dem Bewohnern Ithias dieses Wissen zu überlassen. Die Gefahr ist gebannt und unser Sieg scheint unvermeidbar. Wie bitte? Die rette ich. Ah. Stecken die dahinter? Das war also die Gebrauchsanweisung. Tja, alles Wissenswerte, das sie enthielt, ist leider vorhoben gegangen. Eine Schande. Hey, komm schon her. Oder? Silas Magie. Meine Lieblingsmagie. Zeig denen, wie es gemacht wird. Ja, ich komme. Sieht recht fehlig aus. Ja, aber mach dich. Ah, warte mal, wir wollen die. Nicht zu einfach. Solange du dich nur schnell entscheidest, ist mir alles recht. Schnell? Da müssen wir hin. Gehen wir erstmal hier. Ah, das ging nicht. Tenceln habe ich fast fertig. Dann heißt es wohl umkehren. Das kann ich nicht gebrauchen. Guck, 49. Äh, ging nicht. War zu kurz. Man muss es im richtigen Moment drücken. Guck mal, wenn sie erstmal die Füße den Boden berührt haben, dann geht's nicht. Geschafft. Ich soll das Menü aufrufen. Tenceln. Ah, endlich. Ich kann jetzt tenceln. Ich stelle die Ausdauer wieder her. Ja. Hier habe ich so wenig gemacht, ne? Man sieht das da oben. Silus-Magie habe ich am meisten gedingst. Befreie dich von Effekten. Ah ja, das jetzt so schnell kann ich nicht lesen, ne? Das geht nicht. Wollen wir mal gucken, wie man mal... Was da passiert? Mal die einsammeln. Oh, sie wollte runterfallen. So, der nächste Raum. Man hört sie schon. Also los. Diese Begeisterung. Die greifen mich schon ziemlich an hier, bevor ich überhaupt was machen kann. Das ist immer so traurig. Du bist egal. Ja. Ja. Vorsicht! Nicht weg! Na also! Gleich gibt's auf's Maul. Du klingst fast enttäuscht. Wer ich? Red kein Scheiß. Mir reicht's. Da ist ne Truhe. Da wollen wir da mal hin. Oh. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ne, zu hoch. Nein. Oh, mach nicht so schnell. Oha. Oha, oha, oha. Da kann ich schieben. Das passt aber noch nicht ganz. So korrekt, wie ich's gern hätt. Passt es nicht. Ich verstelle jetzt alles, weil ich's kann. Cool, das macht gar keinen Sinn, was ich hier mach. Aber das kann ich gut. So. So. So vielleicht. Ich muss mal kurz meine Augen ausruhen. Warum? Oh, ich kann da nix von gebrauchen. Ich hasch da alles. Ah! Oh. Hui. Hui. So. Wir müssen da lang. Hier gibt's Holz. Das brauch ich aber nicht, glaub ich. Ich hab ja auch... Ich brauch Bleiklumpen. Das Spiel lässt sich lumpen und gibt mir nicht klumpen. Hui. Du bist aber niedlich. Warum kann ich nicht... Sorry. Hey. Wozu brauch ich die Funktion, wenn's nicht geht? Sorry. Lieber nicht. Dann brauchen wir das nicht. Nein. Ich kann ihn noch nicht markieren. Proto Bender Snatch. Kann ich jetzt endlich mal was sehen? Danke. Das wollte ich doch nicht sagen. Ich hol mir erst mal meine Freunde. Ich geb's aufs Maul. Dann hol ich mir meinen Kinks. Dann mach ich... Nee, das geht ja nur, wenn ich vergiftet bin. Bin ich nicht. Ich hab keine Status-Effekte. Ich hab gar keine Effekte. Ah! Ha! Anfällig! Oh, jetzt hab ich dreimal aufgeladen. Was ist denn mit ihm los? Ist der kaputt? War ja nicht so schlimm. Da wollen wir hin. Halt, ist hier noch was zu lesen? Nicht, dass ich hier was übersehe. Jetzt kriegen wir eine Klamotte. Das war beim Vieh. Das war so ein Ober-Modz. Und einen haben wir davon schon erledigt? Ja. Vielleicht sollte ich mal das doch auswählen. Mit dem Feuerteil. Dass ich wenigstens mal ein komplett kriege. Warte mal. Ich zeige euch das mal. Nein, das ist die Wassermagie. Das ist doch das... Nee, das ist nicht das Feuerteil. Das ist Fee. Äh, Frey. Hier ist das Feuerteil. Die hier. Das kriegt man auch hin. Und das kriegt man hin, wenn man... Ja. Gedingst. Ich kann natürlich alle... Aber dann hab ich ja alle... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es gibt so eine... Dings. Und das machen denn alle und so, ne? Und... Das machen denn alle und so? Wasser? Ja. Es könnte helfen, etwas zurückzureden. Stimmt. Zila. Also eins kann ich euch sagen, wenn das jetzt wieder passiert... Was ist das? ...den bin ich aber weg. Hopp. Keine Sorgen, es geht schnell. Hasta la vista, Baby. Juhu, alter. Wo kommt denn das her? War ich das? Ach so. Cool. Das ist ja cool. Hab ich jetzt alle erledigt? Bed, 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 bed. Bed, bed. Bed, bed. Du, wir haben doch grad geschlafen. Habt's für dich. Das hat gesessen. Voll auf die Zwölf. Gefällt mir. Ich hab was anderes ausgeweilt. Achtung. Du machst inzwischen kurzen Prozess mit den Bösewächten. Ich glaub, das müssen wir verbessern. Klingt wohl daran, dass du dich auch langsam nützlich machst. Oh, ja. Oh, ja. Was? Bist du schon müde? So, da oben müssen wir hin. Ja, ich auch. Dann ist ja alles wunderbar. Danke. Uh. Ich versuche irgendetwas. So, wir wollen noch die Stärke. Die da hinten haben wir, ne? Ölhimmel. Na, Verteidigung haben wir. So, dann gucke ich mal auf die Karte. Da ist noch ein Fotospot. Da kam ich ja auch nicht hin. Und wir sehen da noch so einen... Dingsturm, den sehe ich jetzt hier gar nicht. Da sollen wir hin. Ich gucke mal, ob ich so einen Fotospot kann. Der ist da drüben. Der ist auch weiter weg. Das, was ich da meine. Die brauchen daher wieder Magie. Huch. Ja, warum kommt er? Geht das denn weg? Dann zeig es mir gleich an. Ah, falsche. Wie viele sind das denn? Genug für eine Part. Schwingen wir das Hatzbein. Vorsicht! Genau da, wo es weh tut. Ach so, warte mal. Ah, ah. Äh, die Welle wollte ich eigentlich. Die wollte ich. Weil die schön... Äh, hallo? Oh. Hallo? Hallo? Ah! Beinahe? Ach, leck mich doch! Jetzt kommen die gar nicht, ne? Ich weiß nicht, nach welchen... Dingen, die... Ja, wie soll ich sagen? Erzeugt werden, diese... Ich krieg kein Y. Jetzt. Da hinten will ich auch noch hin. Ich muss auf jeden Fall nach da. Sechs Fotos muss ich noch machen. Dann hab ich die 40. Fertig. Fertig. Das muss reichen. So, jetzt gucken wir mal da hinten hin. Können wir das auf der Karte sehen? Das ist ein anderes Gebiet, ne? Ein ganz anderes. Ich denke mal, wir kommen da sowieso noch hin. Da unten, da. Das ist hier unten, da. Ja, ja, da, 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 da. Oder? Gehört das alles dazu? Hä? Was haben wir denn da? Der Segensborn. Ist das weit weg? Oh ja, Kilometer. Ja, ich hab die falsche Tastel gedrückt. Ich glaub, wir müssen ein Stück hier nach hinten. Da wird man sich fast ein wenig mehr nerven, Kitzel. Nee, hab nix gegen Geschenke-Siege einzuwenden. Hä, es geht dir denn nicht richtig? Sollten Kinder spielen. Wäre es doch nur immer so. Wir nehmen mal den hier. Und das ist der... Den haben wir verbessert. Das muss ich mal mir angucken, dass wir den verbessert kriegen. So, jetzt müssen wir erst mal schauen. Wir müssen an diesem... Auf diesen... Kommen wir dann da hoch? Ich glaube kaum. Wir müssen hier irgendwie rauf. Geht das? Da oben ist auch noch so ein Ding. Warte mal. Ich muss das mal markieren. Ach, Karte nervt nicht. Hier ist noch so ein... Ach, nein. Wo ist denn der? Ich hab ihn doch eben gesehen. Da. Das ist doch wieder so ein Massiv, wo man nicht hochkommt. Wenn man da nicht zufällig... was zum Hochkommen hat. Hier, keine Chance. Oh, ja. Hup. Sind alle gewesen, ne? Gut, wir wollen mal gucken. Ja, vielleicht muss ich auch erst mal Dings tun. Wir kommen trotzdem nicht da rüber, ne? Wir müssen aber irgendwie da rüber können. Ja, da soll ich hin. Das weiß ich. Ja, vielleicht muss ich da auch erst rum. Ich lieb das. Da muss noch irgendwo einer sein. Da unten oder so. Ach, gehen wir erst mal dahin. Das bringt ja nichts. Noch ein Tor. Und wahrscheinlich lauert schon der nächste Bösewicht. Sei besser auf der Hut. Ja, nächste Folge. Tschüss.